So, einmal Veli-Karussell, ja? Komm mal her. Komm her. So. Nummer 1, ja? So, ein Osterküken nochmal. Noch ein Osterküken, ne? Mhm. Das kleinste. Komm mal her. Hallo. Komm her. Und noch ein Osterküken, ne? Hm, du bist schon ein bisschen flügiger, ne? So, hm? Du hast dich lange im Kasten versteckt, ne? So, hast dich lange im Kasten versteckt, ne? Ja. Zack. Wir fliegen schon, ne? Komm her. Ab. Wir fliegen schon, ne? So. 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 Und dann kommt noch... Ab mit dir. Komm her. Ein Osterküken. Mit ein bisschen Grün dadurch, ne? Herr Vogel, ja? Mit ein bisschen Grün, ne? Du kommst auch mit ins Welly-Karousel, ja? Willst du das? So, da fehlt noch einer. Da hinten sitzt noch einer, ne? Wirklich dich so. Komm mal her. Da. So. Und noch ein. Das ist jetzt Welly-Karousel, ne? Ja. So. Und noch einer für das Welly-Karousel, ne? Und dann kommt ja noch... Ah, mehr. Wer bist du? Hm? Du bist der Neue von Peppi, ne? Ja. Auch heute auf dem Kasten, ne? So. Ja, du. Der kleine Peppi-Welly, ne? Ja. Ja. Du siehst gar nicht aus, die Peppi, ne? So. Hm? So, siehst gar nicht aus, die Peppi, ne? Hm? Genau nicht wie die Mama. So. Dann gehen wir wieder spielen. Hab ich noch eins vergessen? Gehen wir zu sehen. So, ab. In die Welt. So, da ist ja auch noch einer. Komm mal her. Hallo. Du hast mich gequält heute Morgen, ne? So. Ja. Du bist schon ein bisschen länger draußen, aber du hast mir Sorgen gemacht um dich, ne? Ein ganz hübscher, ne? Gelb-grau, ja. So. Fast ein Rainbow, ne? So. Bist du fast ein Rainbow? Ein ganz hübscher, ne? So. Aber du hast lange aufgeflustert, da hast mir Sorgen gemacht, ne? So. Der letzte und der schönste von Welly-Karousel. Es ist never夜 aus. So. Man, wir kommen vor mir.